Dortmund Airport bekommt Zuwachs. Auf der Pressekonferenz vom 10. Oktober verkündete der Flughafen die Zusammenarbeit mit Ryanair. Chief Operating Officer Michael Corley freut sich über die Kooperation. Algeiro wird zweimal die Woche mit dabei sein, Barcelona ebenfalls, ebenso Faro in Portugal. Wir haben Malaga und Palma dreimal die Woche mit dabei. This is one of the biggest and most populated regions in Europe. We believe there is huge potential for Ryanair's low fares to succeed and to increase the level of activity at this airport. And we look forward to growing our business here successfully.